Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Video auf Easy Money. Heute haben wir unser erstes Madden24 Tutorial am Start. Es werden weitere Tutorials folgen, aber ganz wichtig, ich bin kein Madden-Experte, okay? Ich bin auch einfach nur ein Madden-Spieler. Ich gebe hier mein Wissen weiter, was ich habe. Erwartet also nicht, dass ihr hier selber zum ultimativen Madden-Experten werdet. Diese Videos sind vor allem für die, die noch am Anfang stehen. Die Fortgeschrittenen können trotzdem gerne dranbleiben. Vielleicht kriegt man ja trotzdem irgendwie was mit, was man vorher noch nicht wusste. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da und abonniert natürlich, wenn ihr neu seid. Hier kommt jeden Tag Madden24 Content und auf Twitch bin ich auch jeden Tag live unter easymoney-official. So Leute, ich bin gerade im Trainingsmodus mit den Denver Broncos. Ich habe einfach ein Random-Team genommen und heute gucken wir uns einfach mal das Playbook an. Wie funktioniert so ein Playbook? Was hat man da für Optionen? Weil viele sind gerade am Anfang extrem überfordert und wissen überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt für ein Spiel zu wählen. Im normalen Spiel würde jetzt hier nicht das mit diesem Player da ganz am Anfang hier stehen, sondern da würde einfach irgendein Spielzug vorgeschlagen werden. Da werden dann drei Spielzüge angezeigt und du kannst dir einen davon wählen. Das ist das, was der Coach halt vorschlägt. Was ein ganz cooles Feature ist für die Leute, die halt keinen Plan haben. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich faul bin, spiele ich auch oft einfach mit den Sachen, die der Coach vorschlägt. Aber wir wollen ja heute ein bisschen mehr verstehen, um was es in so einem Playbook hier überhaupt geht. Deswegen gehen wir das mal ein bisschen durch. Also als erstes gehen wir mit R1 auf die Formation. Formation ist das, womit wirklich die meisten Leute in Madden spielen. Also die meisten guten Leute online und so weiter, die Champions und so, die gehen meistens über die Formations. Und jetzt haben wir hier die ganzen verschiedenen Formations und was zur Hölle ist das alles? Das gehen wir jetzt mal kurz durch. Wenn euch Formations schon irgendwie viel zu kompliziert sind und ihr habt darauf keinen Bock, bleibt gerne dran, weil danach kommt noch eine andere Variante, die ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher ist. So, das erste, was wir unter Formation finden, ist die Single-Back-Formation. Single-Back heißt einzelner Back, also einzelner Running Back. Wenn ihr jetzt hier rechts guckt, die Nummer 33 ist in dem Fall der Running Back von den Denver Broncos. Und egal, wie weit ich jetzt hier nach links und rechts gehe, weil es gibt ja verschiedene Single-Back-Formationen, beziehungsweise verschiedene Ausführungen von der Single-Back-Formation. Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist, dass die 33 hinten bleibt, also ein Running Back hinten ist, genau hinter dem Quarterback. Der Rest, die Titans, die Receiver, die können sich natürlich verändern. Wenn man jetzt sagt, yo, Single-Back-Bunch ist eine Formation, mit der wir euch zocken, drückt man X und dann hat man da alle Plays, die genau aus dieser Formation sind. Das gibt dann natürlich da auch nochmal viele verschiedene Plays. Runs, Pass, Play-Action, Options, aber dann habt ihr auf jeden Fall safe schon mal diese Formation. Soviel also zu Single-Back. Dann gibt es die I-Formation, die kann man sich immer super leicht merken, weil die Formation halt wirklich ein bisschen aussieht wie ein I, zumindest in der Mitte. Man hat den Center mit der 79, direkt dahinter den Quarterback mit der 3, dann den Fullback mit der 20 und dann den Running Back mit der 33. Und die bilden zusammen ein I. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen, dann ändern sich aber auch nur die Titans und die Receiver. Das I bleibt immer gleich. Dann haben wir die Formation Strong. Das Wichtigste hier ist eigentlich nur, dass der Fullback, also die Nummer 20, auf der Strong-Side ist, also auf der starken Seite. Warum ist der jetzt also rechts? Weil wir auf der rechten Seite der O-Line noch zwei Titans mit dazugestellt haben. Das heißt, die rechte Seite ist ja überladen und damit theoretisch stärker. Fullback steht auch rechts und damit ist es eine Strong-Formation. Dann gibt es genau das Gegenteil, nämlich die Weak-Formation und da steht der Fullback genau auf der anderen Seite, also auf der Seite, die theoretisch schwach ist, also weak ist. Das kann man jetzt hier sehen, die 20 steht links, obwohl die rechte Seite der O-Line stärker ist, weil da ja noch der 80er-Titent mit steht. Oder auch hier bei der Ausführung steht auch der 80er-Titent mit auf der rechten Seite und der Fullback steht trotzdem links, also auf der theoretisch schwachen Seite. Ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja trotzdem links jetzt zwei Receiver, wo man denken würde, hä, aber dann ist doch da eigentlich auch stark. Ich bin kein NFL Offensive Coordinator, aber von meinem Verständnis her geht es hauptsächlich darum, wie ist die Line aufgestellt? Haben wir da Titans oder nicht? Wie sind die Running Backs und so weiter? So, eine Sache, die jetzt aufgefallen ist, ist, dass der Quarterback immer an das Center stand bei diesen Positionen und das ändert sich mit der nächsten Formation, nämlich der Gun-Formation. In der Gun-Formation steht der Quarterback nämlich immer circa drei bis fünf Yards hinter dem Center. Das kennt ihr bestimmt aus der NFL, manchmal steht der Quarterback direkt am Centers Arsch dran und manchmal steht er halt ein paar Yards hinten. In der Gun-Formation steht er immer ein paar Yards hinter dem Center und da gibt es verschiedenste Ausführungen. Also hier kann man ganz viel durchswitchen, hier gibt es eigentlich die meisten Ausführungen von dieser Formation. Receiver rechts, verschiedene Receiver links oder Titans hier, Titans da, Running Back aus dem Backfield raus. Also der Running Back muss in der Gun-Formation nicht hinten im Backfield sein, ja. So, und dann gibt es noch die Goal-Line, das ist einfach nur massig, wenn du kurz vor dem Touchdown bist, irgendwie ein kurzer Run. Da gibt es zum Beispiel den QB-Sneak und solche Sachen. Hier sind jetzt zum Beispiel drei Titans und ein Fullback und ein Running Back, also heavier geht es gar nicht. Dann haben wir noch die Hail Mary-Formation. Hail Mary ist einfach dieser, das kennt glaube ich auch viele von euch, dieser legendäre, ganz tiefe Bombenpass, den man immer macht, so kurz vor dem Ende, wenn man noch gefühlt fünf Sekunden hat und an der eigenen 20-Yard-Linie ist. Überspitzt jetzt gesagt, ne. Und dann gibt es noch die Special-Teams-Formation, das ist für Field-Goal oder hier für Punt oder für Punt-Tide, also es gibt auch verschiedene Punts. Clock-Management zum Beispiel ist, zum Beispiel, dass man den Ball spiked und QB-Neal ist das berühmte Win-Play, also wenn man schon weiß, man hat gewonnen, dann kniet man ab. Soviel also zu den verschiedenen Formationen, ist an sich vom Prinzip her easy, aber das alles reinzukriegen und schnell genug zu wissen, dass man in 20 Sekunden hier gefühlt auf die richtige Formation und dann hier noch die richtige Ausführung und dann rauf und dann noch das Playros suchen, das ist natürlich, äh, also es braucht Übung einfach, ja, es braucht einfach Übung. So, ich möchte euch jetzt noch eine Variante zeigen, die ein bisschen einfacher, ein bisschen simpler ist, nicht mit ganz so vielen Fachbegriffen vielleicht. Wir gehen hier nicht auf Concept, sondern wir gehen auf Play-Type. Play-Type ist deutlich grober von der Auswahl her. Ja, man hat einfach nur Pass, Run, Option, RPO und Special Teams. Special Teams ist das ganze Kicking, Field Goal, bla bla bla. Pass ist logischerweise passen, Run ist laufen. Option sind die Spielzüge, wo der Quarterback die Chance hat, den Ball an den Running Back zu übergeben oder selber zu laufen. Und RPOs steht für Run, Pass, Option. Das heißt, da hat der Quarterback sogar die Chance, den Ball zu übergeben oder selber zu laufen oder den Ball zu passen. Option und RPO sind ein bisschen kompliziert für den Anfang, finde ich zumindest. Also ich habe mich früher da immer gar nicht ran getraut. Wenn ihr Bock drauf habt, probiert es natürlich auf jeden Fall aus, weil die Plays können richtig rasieren. Wir fokussieren uns jetzt aber erstmal auf Pass und Run. Klicken wir also auf Pass und jetzt könnt ihr hier nochmal sehen, bei L1 und R1 gibt es nochmal ganz verschiedene Sachen. Wir haben als erstes den Quick Pass, also vor allem kurze, schnelle Pässe, die schnell rausgewerfen sollen für kurze Yards und so weiter. Da kann man dann auch noch runtergehen, das sind halt hauptsächlich Slants, Sticks, Swings, Quickouts und so weiter. Dann haben wir den Standard Pass, hier haben wir nochmal 22 Plays, die Standard sind, wie auch immer man das definieren möchte. Ich sehe das Ganze so, dass die Standard Pässe einfach Standard Pass Plays sind, wo der Quarterback nicht in der Gun steht, also wo er an der Center steht. Wenn wir nämlich Gun Plays haben wollen, von der Gun Formation, wo der Quarterback 3 bis 5 Yards hinter dem Center steht, dann haben wir hier den Shotgun Pass. Und da haben wir richtig viel Auswahl, 112 Plays, alles Shotgun, also wo der Quarterback halt ein paar Yards hinter dem Center steht. Hier hast du halt unendlich viel Auswahl und wenn du schon ein bisschen weiter im Spiel bist vom Skill und so, dann hast du wahrscheinlich keinen Bock hier immer 3000 Jahre erstmal durch die ganzen Shotgun-Dinger durchzugehen. Kommt auch ein bisschen auf die Präferenz an, wie du halt Bock hast, das Spiel zu spielen. Dann haben wir den Play-Action-Pass, das ist einfach nur ein angetäuschter Lauf und dann wird safe gepasst, also da gibt es nicht die Option, dass auch gelaufen wird. Das verwechseln oft Leute, also bei einem Play-Action wird auf keinen Fall gelaufen. Du kannst eventuell mit dem Quarterback noch selber laufen, aber theoretisch ist das so designt, dass du den Run fakest, sodass die Linebacker, die Safeties, wer auch immer, vielleicht denkt, oh shit, da kommt der Run, lass mal schnell hinrennen. Und dass dann eine tiefere Route hinter den Linebackern, zwischen den Linebackern, wo auch immer, frei wird. Hier ist also wirklich das Augenmerk darauf, einen Pass anzubringen und den Run einfach nur zu faken. Auch hier gibt es immerhin 60 Plays, also ordentlich Auswahl. Dann haben wir den Screen-Pass, das sind eigentlich immer super kurze Pässe, entweder auf dem Running Back, auf dem Tight End oder auf dem Receiver. Ihr könnt es hier sehen, immer die rote Route ist das, was man dann meistens wirft eigentlich, also in 90% der Fällen. Und bei einem Screen-Pass ist halt das Besondere, dass dann die O-Liner oder die anderen Receiver, die anderen Tight Ends, wie auch immer, nur die Aufgabe haben zu blocken. Die sollen dann also mit rausrennen, da wo der Screen stattfindet und dort dann losrennen und blocken. Das sieht man ganz gerne in der NFL, wenn dann so O-Liner lossprinten und irgendjemanden übelst aus dem Leben scheppern. Das war dann wahrscheinlich ein Screen-Pass. Ja, und dann gibt es noch Hail Mary. Wie gesagt, es ist die super tiefe Bombe, wenn man gar keine Zeit mehr hat und irgendwie noch ein letztes Play machen will. So, kommen wir dann zum Run. Hier wird unterteilt in Inside-Hand-Off und Outside-Hand-Off als erstes Mal. Inside-Hand-Off heißt, dass der Run vermutlich durch die Mitte gehen wird, um es jetzt einfach mal einfach runterzubrechen. Ihr könnt es hier sehen, immer der rote Pfeil. Die meisten Dinger gehen einfach straight durch die Mitte, durchs B-Gap, durchs A-Gap und wird halt nach innen übergeben. Das können verschiedene Sachen sein. Mit einem Tight End, der noch reinrennt zum Blocken oder mit irgendeinem Guard, der hier pullt, zum Beispiel bei Half-Back-Base. Aber auf jeden Fall geht es halt darum, dass der Run Inside lang gelaufen wird. Dann haben wir die Outside-Hand-Offs. Da geht es darum, also vor allem hier bei so Stretches und so, geht es halt darum, dass der Running-Back schön über die Außen läuft. Vielleicht durch C-Gap, vielleicht sogar D-Gap. Vielleicht sogar ganz außenrum, um den Corner-Back herum. Da gibt es nicht so viel Auswahl wie beim Inside-Handoff, aber immerhin 11 Plays. Achso, übrigens, jedes Playbook ist auch anders. Ich benutze jetzt gerade das von den Denver Broncos. Die sind zwar alle gleich aufgebaut, aber jedes Playbook hat natürlich auch ein bisschen andere Spielzüge. Dann haben wir den Pitch. Da wird nicht der Ball normal übergeben, sondern der Quarterback wirft ihn so zum Running-Back nach hinten. Da gibt es immer nicht so viel Auswahl. Kann mal mega gut gehen, kann aber auch mal sehr hart nach hinten losgehen, weil der Running-Back halt schon ganz schön weit hinten ist. Und den Ball meistens dort bekommt, wo halt theoretisch Minus-Yards wären. Und wenn das irgendein DB gut liest, dann sind es halt fette Minus-Yards direkt. Dann haben wir den Counter. Counter bedeutet, dass der Running-Back antäuscht, zum Beispiel nach rechts zu gehen, aber dann doch nach links rennt. Da gibt es dann auch verschiedene Systeme von der O-Line. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal den hier in der Mitte, Half-Back-Counter STR. Der Running-Back steht da genau hinter dem Quarterback, tut dann so, als würde er nach links laufen, um da den Ball zu bekommen, macht dann aber eine harte Kurve nach rechts. Und ihr könnt schon in der O-Line sehen und auch der Tide-End, zwei von denen sprinten sofort nach rechts, weil die wissen ja schon, dass der Running-Back safe nach rechts läuft. Und dann hofft man halt, dass man damit die Defense ein bisschen verwirrt und ordentlich Yards macht. Dann haben wir den Draw. Das ist ein Run-Spielzug, wo angetäuscht wird, ganz kurz nur das geworfen wird und dann halt ein, zwei Sekunden verzögert der Ball an den Running-Back übergeben wird. Da ist natürlich die Hoffnung, dass man die Linebacker und die Beast dazu bekommt, erstmal ein bisschen nach hinten zu droppen, weil sie denken, der Pass kommt und dann wird doch der Ball übergeben. Dann haben wir noch den Full-Back-Run, wie der Name schon sagt, da läuft der Full-Back einfach. Und dann haben wir noch den QB-Run, da gibt es in vielen Playbooks leider nur den QB-Sneak. In manchen anderen Playbooks gibt es da aber auch noch coolere Quarterback-Plays, wo es dann halt wirklich so designt ist, dass der Quarterback den Ball snappt, bekommt und losrennt. Soviel also zu den Runs. Wir können ja auch noch mal ganz kurz auf die Option gehen. Da haben wir nur vier Spielzüge und hier geht es halt wie gesagt darum, dass der Quarterback entweder selber losläuft oder den Ball an den Running-Back übergibt. Das hängt immer davon ab, wie die Defense sich verhält. Also das muss man dann als Quarterback einfach lesen und dann die Entscheidung treffen. Bei RPOs gibt es nochmal verschiedene Dinger. RPO-Read, RPO-Peak und RPO-Alert. Die funktionieren alle ein kleines bisschen anders. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein eigenes Video zu RPOs. Wenn ihr das sehen wollt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich als Anfänger eher die Finger von RPOs lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die brauchen halt ein bisschen Übung. Du kannst die natürlich im Trainingsmodus üben, dann lass nicht die Finger davon. Aber wenn du jetzt in einem Spiel bist und dann die Wahl hast zwischen einem normalen Lauf oder einem Passplay oder halt diesem RPO-Ding, dann würde ich wahrscheinlich eher einen normalen Lauf oder einen normalen Pass nehmen. Aber jeder so wie er will natürlich. Ja, Special Teams müssen wir glaube ich nicht drauf eingehen. Die anderen Optionen, die es gibt, die benutze ich aber persönlich wirklich nie, sind Concept. Hier gibt es halt, ja, im Prinzip eigentlich ist es ähnlich wie Play-Type. Wir haben Run, wir haben Option, Quick-Pass, Medium-Pass, Deep-Pass. Also da ist es noch ein bisschen anders unterteilt. Play-Action-Pass und Screen-Pass. Und dann haben wir noch Personnel. Da geht es also darum, okay, wie viele Titans, wie viele Receiver und wie viele Running Backs habe ich jetzt auf dem Feld. Und dementsprechend ist es dann ein- und untergeteilt. Also Running Back, ein Titan, drei Receiver. Ein Running Back, zwei Titans, zwei Receiver. Bla, bla, bla. Also hier gibt es dann halt alle verschiedenen Optionen. Und das kann man dann natürlich auch noch so durchwechseln mit den verschiedenen Ausführungen. Aber wie gesagt, das benutze ich zum Beispiel nie. So Leute, das war es mit dem Offense Playbook. Wenn euch das geholfen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Ja, abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr noch andere Tutorials sehen wollt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Wobei braucht ihr Hilfe? Was wollt ihr sehen? Let me know. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.